Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge WhatFatHorre. Ich kann es kaum erwarten, heute weiterzulesen in unserer One-Direktion Fail Fiction. Ich freue mich sehr, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich mich jeden Sonntag. Okay, wir hatten jetzt auch wieder ein paar Auswechtermine, aber trotzdem rein theoretisch jeden Sonntag darauf freue. Ich begrüße euch auf meinem Kanal und zurück zu einer neuen Folge. Ich würde direkt gleich weitermachen mit unserer Story. Wir wissen ja, dass das letzte Mal Lou hieß sie, glaube ich. Hieß sie Lou? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich heißt sie Lou? Ich muss ganz kurz nachgucken. Nein, Maddie. Madison Summer. Ich habe es total verdrängt. Es tut mir leid, wie kann ich so einen perfekten Namen vergessen? Wie auch immer, Madison Summer wurde jetzt ganz offiziell und erfolgreich von One-Direction adoptiert. Jetzt werden wir sie wahrscheinlich durch ihren verrückten und crazy Alltag begleiten. Ich kann es kaum erwarten, mal zu sehen, was jetzt abgeht. Wir haben auf jeden Fall mal wieder was Neues, denn wir fangen dieses Mal mit einem Bild in der Kopfzeile an. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber ja, das begrüßt uns nun mit einem sehr deepen Zitat auf jeden Fall. Ich werde niemanden verlassen, Punkt, Punkt. Aber ich werde keine Hand festhalten, die gehen möchte. Im Gegenteil, ich werde sogar ihnen die Tür aufmachen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und so eine Katze. Das sieht ja wahrscheinlich aus wie so ein Instagram-Zitat. Darunter steht auch so ein Username. Aber ich will das jetzt vielleicht nicht unbedingt öffentlich machen. Aber ich finde es immer trotzdem sehr gut, wenn Instagram-Content auch schon nicht weiß, wie Kommaregeln funktionieren. Oder dass man nur zwei anstatt drei Punkten oder einen Punkt schreibt. Falls ihr mehr Lust auf irgendwelche Instagram-Zitat-Deep-Wort-Posts habt, dann schaut auf jeden Fall mal in einem meiner anderen Videos vorbei. Dort habe ich mal ein paar diepe Instagram-Posts von einer Online-Coaching-Agentur durchgenommen. Und das war alles ganz lustig. Keep on walking and you will succeed and if you can run. Oh no. Though times come and go, but know the best times come after the mist-thoest situations. The man who loves walking will come further than the man who loves... The des... Destin... What is that? Destinastion. What? Oh my God. It's me. It even looks so... It even looks so... It's... 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 God, what's this? Wo ihr natürlich sonst auch gerne vorbeischauen könnt, ist auf Instagram. Da könnt ihr ein bisschen persönliches Stalking betreiben. Whatpetora gibt es jetzt aber auch auf Instagram. Also nicht mich, sondern Whatpetora. Da gibt es auch ein paar Highlights, so wie auf TikTok. Also wenn ihr eher auf Instagram unterwegs seid als auf TikTok oder andersrum, dann schaut auf den jeweils genannten Plattformen gerne mal vorbei. Und falls ihr gefundene Kackgeschichten habt, dann schickt ihr mir die gerne auf Whatpet postet, die da einfach auf mein Nachrichtenboard, seitdem es keine Direct Messages mehr gibt, müssen wir dann dies tun. Aber ich freue mich über eure Einsendung und ich würde sagen, nach diesem absolut tiefgehenden und inspirierenden Start können wir nun ganz erfolgreich in unser Kapitel 3 starten, welches Let the Game Begin betitelt ist. Episch, glaube ich. Ich weiß nicht, welches Game werden wir vielleicht hoffentlich erfahren. Vielleicht auch nicht. Wäre jetzt auch nicht so unüblich, dass wir keinerlei Hinweise auf die Überschrift in dem Actual-Kapitel haben. Aber wir werden es sehen. Let's go. Wünscht mir eine schöne Autofahrt. Punkt, 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 Punkt. Im Auto Madisons Sicht. Zane stupste mich einmal an, wodurch ich mich unwohl fühlte, aber zu ihm schaute. Ich hob ganz vorsichtig meinen Blick und schaute in ein paar schokoladenbraune Augen, die mich anfunkelten. Er kam meinem Ohr näher und flüsterte so leise wie möglich, Let the Game Begin. Das ist alles, das ist schon, das war vielleicht ein Satz, aber das war ganz schön, ähm, besorgniserregend. Wir haben ja schon in den anderen Kapiteln so ein bisschen gesagt, dass man jetzt seine Adoptivtochter an dem Tag der Adoption noch nicht Baby nennen sollte oder irgendwie andere Dinge tun sollte, die schon passiert sind. Und das ist auch wieder so was, wo ich mir so denke, na ja, also das muss jetzt nicht sein, ne? Aber irgendwie passiert es und ich verstehe nicht warum, aber dann, ja, na gut. Liam räusperte sich. Was machst du da, Zane? Ich fing an zu zittern. Nichts, ich und Maddie haben uns vertragen, stimmt's? Legte einen Arm um mich und schaute bedrohlich in meine Augen, wodurch ich Liam mit einem Nicken die Bestätigung gab. Oh scheiße, es scheint wirklich so, als würde Zane mich extrem hassen, so hat es seinen Blick gezeigt. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ja, aber ehrlich, okay, ganz kurz. Wirklich, Girl, ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Was ist, also ganz ehrlich, was ist, was passiert? Like, was macht sie? Ist es jetzt so ein Ding, dass, oh nein, Louis wird seine Aufmerksamkeit nur auf Maddie richten und ich brauche aber seine Aufmerksamkeit als der erwachsene Bro, der ich bin und ich muss jetzt, äh, ja, was ist, was geht ab? Ich verstehe es nicht. Punkt, 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 Punkt. Ich wurde durch ein Rütteln wach. Ich bin eingeschlafen, aber diese Person muss ziemlich hartnäckig sein. Den er rüttelte wieder wie ein Verrückter an meiner Schulter. Das tat langsam weh. Och, ich bin schon wach, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, rief ich und riss meine Augen auf, als ich Insanes vor Wut gewordenes Gesicht sah. Insanes vor Wut gewordenes Gesicht. Das Gesicht ist geworden vor Wut. Schnell merkte ich, dass ich meine Beine zwischen Sein hatte, meine Hände, seine Haare verwuchelten und dass ich in seine Halsbeuge gesäubert hab. Also, wir hatten hier schon mal eine Geschichte, da hat, ähm, Harry Styles als Adoptivvater seine eigene Adoptivtochter geheiratet und ich hab echt keine Lust, da noch mal hinzukommen. Und die macht grad echt einen guten Job, dass wir da wieder hinkommen. Was, was geht ab? Was passiert? Was ist, wie hat sie seine Halsbeuge gesäubert? Also, also, ich weiß auch nicht. Sie hatte ihre Beine zwischen Sein. Wie? Ähm, Punkt, 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 Punkt. Ups. Er schaute mich mit so viel Hass an, das war so, als hätte ich jemanden umgebracht. Dabei kenn ich ihn gerade mal seit heute und das, was ich über ihn weiß, ist sein Name? Fragezeichen, Fragezeichen. Äh, freundlich? Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, wir sind aus dem Kursiv geschriebenen wieder zurück. Warum auch immer. Ich setze mich wieder noch mal hin. Gut, wenn er spielen will, spielen wir. Aber er soll wissen, ich gewinne immer. Let's play the game, böses B-Wort. Uh, ähm. Krass. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Mittlerweile war schon wieder eine Stunde vergangen, bis Niall den Wagen stoppte und mein Mund aufklappte. A-N. Wer hat gemerkt, dass immer, wenn das Mädchen im neuen Zuhause ankommt, das sagt, kommt eigentlich immer vor, aber kommt, liest weiter, viel Spaß, Klammer zu. Äh, lest weiter und sagt was genau. Sie hat noch nichts gesagt irgendwie. Sie hat nur gesagt, let's play the game und ihn dann irgendwie beleidigt. Aber okay. Vor mir war ein übergroßes Haus oder besser genannt Villa, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich hab für eine kurze Zeit vergessen, wie man atmet, isst, läuft oder sonst was. Sowas hatte ich noch nie. Nie. Also hat sie gleichzeitig so zu... Sie hat noch was gegessen oder warum hat... Okay, weiß ich nicht. Louis kommt auf mich zu, nimmt mich nimm den Arm, zieht mich somit aus meinen Gedanken. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause, sagt er, und zieht mich mit sich ins Haus. Komischerweise war die Tür offen und ich merke auch, wie die anderen Jungs rein spazieren. Mich interessiert es aber wenig. Ich konzentrierte mich, das Haus zu bewundern. Und ich kann nur sagen, das ist das schönste Haus, was ich jemals gesehen hab. Punkt. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Och, ich kann nichts anderes sagen. Maddy fragt Louis lieb. Ja, Punkt, Punkt. Willst du dein Zimmer sehen? Meine Augen fingen an zu strahlen, was Louis sicherlich bemerkte, denn er zog mich nach oben und wir rannten den Gang entlang an viele Zimmer vorbei, wo verschiedene Schilder dran hingen, mit jeweils den Namen der Jungs. Harry's Home oder Niall's Room. Verschieden. Ach so, also Harry hat ein Home und Niall hat nur ein Room. Oder so, oder? Dann kamen wir an einem Zimmer an, wo ein Schild dran hing, wo drauf stand, Room for the Princess. Ich quiekte einmal auf und fiel Louis um den Hals. Ich hab dich lieb, Maddy. Punkt, Punkt. Verwundert über diese Aussage erwiderte ich mit einem, ich kenn dich zwar erst seit heute, aber trotzdem hab ich dich mega lieb, löste mich von der Umarmung und gab ihm einen fetten Kuss auf die Wange. Fett sogar unterstrichen. Ok, willst du dein Zimmer sehen? Nichts lieber als das, Lou. Das nahm er mich wie aus dem Nichts auf sie Schulter und rannte ins Zimmer, schmiss mich aufs Bett und fing an, mich zu kitzeln, sodass ich ziemlich anfing zu lachen. Es wird schon wieder, es wird schon wieder ganz komisch gerade. Ich hab, das ist ganz komisch. Es ist ganz komisch. Wohl ein bisschen zu laut. Den, die Jungs, kamen auch rein und helfen Louis, mich zu kitzeln. Ok, jetzt sind alle anderen Boys auch mit dabei. Es wird nicht weniger komisch. Ich hatte so einen heftigen Lachkrampf, das glaubt mir keiner. Bis auf einmal Sane anfing mich zu kneifen, sodass ich einmal laut schreien musste. Ups. Die Jungs, außer Sane natürlich, der ein bösartiges Lächeln auf den Lippen hatte, hatte, schauten mich geschockt an und hörten auf mich zu kitzeln und hörten auf zu lachen und schauten zu Sane. Ich senkte, ihr wisst, wo er mich gekniffen hat, genau an der Narbe. Aber mehr konnte ich nicht nachdenken, denn auf einmal wurde alles schwarz. Das Letzte, was ich hörte, war, wie Louis einmal meinen Namen rief, bis ein dunkles, äh, bis in ein dunkles Loch fiel. Punkt, 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 Punkt und ganz viele Slashes. Und das ist ein ganz dramatisches Ende. Sie hat ja noch niemanden auch darüber aufgeklärt, was eigentlich irgendwie war und wir wissen ja auch nicht, warum sie jetzt da plötzlich eine Narbe hat. Wussten wir was von der Narbe? Weiß ich nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr was von der Narbe wusstet. Ich jedenfalls nicht. Aber ja, dann scheint es wohl so schlimm gewesen zu sein, dass sie jetzt irgendwie ohnmächtig geworden ist. Dramatisch. Wir werden trotzdem nicht wissen, wie es weitergeht, bis wir in das nächste Kapitel reinschauen. Und wenn ihr das wollt, dass wir das tun, schreibt auch das gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, denn ich beende dann das Video an dieser Stelle. Jetzt ist die Batterie aus irgendeinem Grund alle gegangen, obwohl ich euch nur Tschüss sagen wollte. Ist es ein Zeichen? Wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ihr heute eingeschaltet habt und dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mal bei allen Socials reinschaut und ansonsten natürlich auch gerne einen Daumen nach oben dalasst und ein Abo dalasst und einen Kommentar schreibt und überall reinschaut, wo ihr Bock drauf habt und ein bisschen Motivation dalasst. Und ja, dass ich mich auch sehr freuen würde, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wir uns dann auf jeden Fall das nächste Mal sehen und hören werden. Bis dahin, LGME.